In den Feuergefechten sind wir nicht so Mute, oder ich vielmehr. So, abwechselnd mal ein anderes Auto. Ich brauche Ihre Hilfe! Schnell! Genannt! Oh nein! Kann ihn irgendjemand sehen? Ziel ist weg! Er hat die Sau! Wir sind vor Ort! Verhalten seinen Wagen! So, und dann schauen wir mal, wo ich uns jetzt hintreibe. Hier, mit dem Panzer. Und dann schauen wir mal, wo ich uns jetzt hintreibe. Was? 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 Geht in den Reihen! Los! Was? Er ist rausgestiegen. Jetzt zu Fuß. Er ist rausgestiegen. Er ist rausgestiegen. Okay. So, dann müssen wir nochmal Jackson finden. Jetzt geht's auch nicht gerade. So. Wir können ja mal einen Abruf machen. Dann musst du wohl an Blau machen. Dankeschön. Anschlusslackgefühl. Ja, und dann noch das Fahrzeug. Das sieht jetzt ein bisschen süß aus. Vielleicht mal. Aber wir haben jetzt glaube ich jetzt ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ja. Weit ist es auf jeden Fall nicht mehr. Wir haben eine schöne, maximale Geschwindigkeit, habe ich gerade das Gefühl. Und sieht auch etwas besser in der Straße. Ausführlich haben wir zwar einen Zivilisten vorhin getötet, aber... Ah, das ist nicht mal der Gasse. mehr Moment. Ich kann das jetzt nicht mehr auf. Ich kann mit jedem reden... Das ist nicht mehr. Jax. Alles ist gut. Du bist jetzt sicher. Hör zu. Das ist wichtig. Die Männer im Haus, haben dir irgendwas gesagt? Komm, Jax, sprich mit mir. Na los. Wir suchen jetzt deine Mom. Na los. Dr. Mendez hier. Yolanda, hi. Hier ist Aidan Pearce, Nickys Bruder. Ist alles in Ordnung? Es wäre gut, wenn wir uns treffen könnten. Ich bin in der Bahn mit Jax. Ist gut. Wissen Sie, wo die Gina immer abgibt? Ja, wir kommen hin. Du musst jetzt ganz tapfer sein, okay? Ich frage mich gerade, ob er die gleiche... Das haben die im Haus gesagt? Das ist gut, Jax. Das ist gut. Ich frage mich gerade, ob er das gleiche Käppi hat wie Aidan. Also, Jax. Hey. Hallo, mein Schatz. Was ist, Mr. Pearce? Wo ist Nicky? War eine harte Woche. Sie hat sich gezwungen, Linas Sachen wegzugeben. Ich denke, sie hat sich endlich verabschiedet. Wie schlimm ist es? Schlimm genug. Sie sollte anrufen. Sie wollte, dass ich sie anrufe. Wir wollten fragen, ob sie ein paar Tage auf Jax aufpassen. Wir bezahlen natürlich. Natürlich. Ich hoffe, so gut ich kann. Wäre toll, vielen Dank. Nicky muss trauern. Ist hart, aber ist gut so. Es war schwierig. Aber wir kriegen das hin. Stimmt's? Okay, kleiner Mann. Wir stellen die Stadt auf den Kopf. Na, komm. Bis bald. Oh, Paulson Station sind wir hier. So, Mission haben wir beendet. Und ich suche mal gerade eben ein Versteck auf, wollte ich sagen. Er springt immer da drüben hin. Aber wir sind ja eh gerade nahe an der Station. Da kommen wir hoch, da kommen wir hoch. Dann laufen wir eben gerade oder nehmen wir uns ein Auto zu unserem Versteck. Da speichere ich und dann schaue ich mal um, dass hier mal die Frames so einbrechen. Und dann geht's dann direkt weiter, würde ich sagen. So. Hier ist irgendwie... Bin wir nicht mit der Bahn gefahren? Bin wir einmal im Kreis gefahren oder was? Das mit dem Lexus ist wirklich nicht angenehm. So. Sagst du es heute? Ich weiß nicht. Wann sonst? Willst du es ihm denn sagen? Er nicht. Hast du schon gepackt? Was ist denn Pass und Papieren? Und wirst du deine Telefonnummer ändern? Schätze, das solltest du? Gott, da habe ich gar nicht dran gedacht. So, nehmen wir uns einen Kleinwagen hier. So, rüber zum Versteck. Also zu dem Motel-Versteck. Braucht das CTOS einen Reboot? Das Rathaus ist bemüht, die Probleme mit dem CTOS-Netzwerk herunterzuspielen. Obwohl zahlreiche Berichte über Systemfehler... So, auf geht's. Ab nach oben und dann, ja, mal gucken. Was uns da im Übelen Streich spielt im Hintergrund. So. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich stelle die Zeit noch für morgen ein. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. So. Da sind wir wieder und zwar nicht mehr im Schlafzimmer. Ähm. Eieieiei. Sondern mitten auf der Autobahn. Jetzt hat es mich etwas zerhauen. Weil ich gerade eben schon mal testen musste, ob der, ja, die Frames stabil bleiben irgendwie. Dem ist wohl so. Und dann können wir, würde ich sagen, man kriegt hier zum Mission fahren, ne? 65 Meter sind es noch. 70, 30, 20 und da sind wir angekommen. Autopartner hier. Ich gehe in einen rauen Bezirk. Ich muss mich vorbereiten. So, kaufen sie alle Hersteller. Hey, was geht? Nach einem Gefängnisausbruch werden heute die Sicherheitsprotokolle des Chicago Correctional Center amtlich überprüft. Das kann nicht dein Ernst sein. Aber wir wissen, dass mindestens ein Inhaftierter alle Kontrollpunkte passieren konnte. Glücklicherweise konnte die Chicago Police den Mann kurze Zeit später wieder festnehmen. John Smith, 34, wurde in Untersuchung. Racine ist in den Brandon Dogs und ich habe da keinen C2S-Zugang. Ich glaube, das war nicht der Plan. Ich sollte wohl zuerst das Kontrollen... Wo müssen wir jetzt hin? Äh, hier drüben hin. Naja, dann schauen wir mal. Wir fahren da mal hin. So. Aus Versehen wird die Waffe gezogen, aber, äh, ich hoffe, es ist nichts passiert. So, zack. Ich kann mich hier rüberfahren. Auf die Autobahn. Jetzt lacht es mir. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Mal gucken. Ah, schöner sind wir noch. C2S ist nicht verbunden. Wir lassen uns dabei die Liga mal nachholen. Und dann, ja, zwei Kilometer noch sind wir flott unterwegs. Das hat immer die Zeitstoffe, die Lange man für sowas braucht. Ja. Und dann sehen wir weiter. So, zack. Schon mal geschafft. Überhol- und überglucken. Das Auto fährt sich auch halbwegs vernünftig, sag ich mal. Brennan Docks hier, wenn es. Ich suche hier mit dem Abfahren. So, dann schauen wir mal, wo es uns jetzt hier hinführt. Ja, glaube ich, sie sind hier auch ein bisschen anders. Ja, genau. Ich hätte auch gucken können, dass er links bringt. Die Polizei sucht nach einer weiteren jungen Frau. Die 18-jährige Delia Parks aus Kansas City war mit Freunden in Chicago, als sie vor zwei Wochen spurlos verschwand. Damit sind in diesem Jahr bereits 14 Frauen verschwunden. Okay. Sehr interessant. Oder auch nicht. Vielmehr. So. Dann schauen wir mal, was hier so jetzt abgeht. Dann schauen wir mal, was hier so jetzt abgeht. Morgen. Dann machen wir mal, was hier so knapp. third Actions. Hier ist es schpflichtig.